Hallo Bürger dieser Welt! Wir sind Anonymus. Trotz der vergangenen Demonstrationen am 12. Februar zeigen sich die Regierungen weiterhin unbeeindruckt und viele Bürger wissen immer noch nicht was Akta ist und welche Auswirkungen Akta hat. Dies liegt auch daran, dass der Großteil der Bevölkerung der Ansicht ist, dass Akta nichts mit ihnen zu tun hat, doch Akta geht uns alle etwas an. Akta ist so weitreichend, dass jede Altersgruppe direkt von Akta betroffen ist. Durch Akta werden Generika verschwinden. Durch den Wegfall dieser günstigeren Medikamente werden die restlichen Medikamente selbst teurer und die Krankenkassenbeiträge werden steigen. Dies könnte zur Folge haben, dass nicht mehr jeder Zugang zu den benötigten Medikamenten hat, weil er sie sich nicht mehr leisten kann. Dies käme einer Selektierung gleich bei der nur die Reichen das Recht zu leben bekommen. Auch in der Lebensmittelindustrie wird Akta zuschlagen. Durch Akta wird Saatgut urheberrechtlich geschützt, das dringend benötigte Lebensmittel für ärmere Länder unerschwinglich macht, dort stehen also Menschenleben auf dem Spiel. Discounter wie Aldi werden unter Akta leiden, da auch die Erzeugnisse der Lebensmittelindustrie urheberrechtlich geschützt werden. Es würde nur noch die teuren Markenprodukte geben, was einen Anstieg der Lebenserhaltungskosten und eine Monopolstellung einiger weniger zur Folge hat. Doch auch andere Produkte wie Kleidung, Autos, Elektrogeräte und vieles mehr wären davon betroffen. Genauso werden Kulturgüter betroffen sein. Viele Hobbys würden verboten werden. Ein Beispiel wäre das aus Japan stammende Cosplay, denn die Rechte an den Charakteren liegen bei dem verantwortlichen Studio. Wenn ihr euch trotzdem verkleidet wie euer Lieblingscharakter, würde Akta euch mit voller Härte erwischen. Dies ist nur ein kleiner Teil der von Akta geschaffenen Einschränkungen. Lasst euch das nicht gefallen. Zeigt der Regierung, dass sie die Meinung des Volkes repräsentieren müssen und nicht die Meinung der eigenen Geldbörse. Das Volk hat ihnen die Macht gegeben und das Volk kann sie ihnen auch wieder nehmen, wenn wir alle zusammenhalten. Verbreitet das Video wo ihr nur könnt. Ladet es runter und stellt es in euren eigenen Kanal. Informiert alle die ihr kennt. Verteilt Flyer und Plakate in euren Städten. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.